LUMOS Kapitel 34 Nach diesem Abend ging Hermine bald in ihre neue kleine Wohnung und konnte stundenlang nicht einschlafen, obwohl ihr die Zeitverschiebung zu schaffen machte und sie wirklich müde war. Sie vermisste Severos Gegenwart, aber nach diesem mehr oder weniger unfreiwilligen Gespräch wollte sie nicht bei ihm schlafen. Hermine traf sich in den nächsten Tagen mit ihren Freunden und auch einmal alleine mit Ginny, um ihr alles über die Reise und Severos zu erzählen. Sie wollte ein bisschen Abstand gewinnen, da sie nachdenken musste. Ginny war begeistert gewesen, als Hermine erzählt hatte, dass sie ziemlich oft gemeinsam eingeschlafen waren und ermutigte sie auch nicht zu verzagen und weiter dran zu bleiben. Severos war ein privater Mann und sie sollte nicht erwarten, dass er mit Pralinen und Blumen auftauchen würde. Sie sollte versuchen, die Zeichen zu lesen. Diese seltsame Beziehung von Hermine und Severos blieb über die nächsten Wochen gleich und Hermine schlief immer wieder bei Severos, wenn ihr das Bett zu kalt und zu leer war. Severos nahm es immer ohne Worte zur Kenntnis und zog sie Nacht für Nacht an sich, sodass sie seinen Körper spüren konnte und in seinen Armen den Kopf auf seiner Brust einschlief. Hermine hatte es auch geschafft, Severos Arbeit abzunehmen. Sie durfte nach einem langen Gespräch mit Minerva die untersten Klassen übernehmen und so konnten sie sich endlich seiner Forschung widmen, die auch vom St. Mungus genehmigt und finanziell unterstützt wurde. Hermine hatte wirklich viel zu tun in den Wochen, als Horace noch seine Verletzung auskurierte, da sie Severos so viel half und auch noch viel lesen musste, um Severos Gedankengängen folgen zu können. Sie war zwar nicht dumm, aber ein Studium und jahrelange Erfahrung konnten ihr ihre gute Auffassungsgabe und ihre logischen Schlussfolgerungen nicht ersetzen. Schließlich kam der 31. Oktober und damit der jährliche Halloween-Ball, zu dem Hermine extra von Minerva eingeladen wurde. Sie hatte zugesagt, obwohl sie viel lieber geforscht hätte, aber Severos hatte Aufsicht und so würde sie ihm wenigstens Gesellschaft leisten können. Hermine verbrachte den halben Tag im Bad, um sich für den Ball fertig zu machen. Sie wollte Severos gefallen und hatte sich dafür extra viel Zeit genommen. Nach einem langen Bad mit duftenden Kräuteressenzen zog sie sich an und machte sich fertig. Als sie fertig war und sich im Spiegel betrachtete, war sie wirklich zufrieden. Sie hatte das dunkelgrüne Kleid an, das sie von ihren Eltern bekommen hatte, und trug dazu schwarze hohe Schuhe, die ihr einen anmutigeren Gang und etwas mehr Größe verliehen. Ihre Haare hatte sie nur leicht hochgesteckt, sodass einige Locken in ihr Gesicht fielen. Ihr einziger Schmuck waren kleine silberne Ohrringe und die Kette, die sie von Severos bekommen hatte. Sie wollte ihm damit zeigen, dass sie ihn nicht vergessen hatte und immer etwas von ihm bei sich trug. Etwas später saß Hermine neben Minerva an einem der runden Tische in der großen Halle und bestaunte wie jedes Jahr aufs Neue die Dekoration. Wie immer gab es herumfliegende Kürbisse und viele kleine Zaubereien, die einfach Spaß machten oder einen erschrecken sollten. Ihre liebste Zauberei waren kleine Fledermäuse, die unauffällig zu Schülern flogen und dann leise in deren Ohren schrien, um sie zu erschrecken. Wenn sich die Schüler nicht erschreckten und zusammenzuckten, verwandelten sich diese Fledermäuse in Süßigkeiten oder kleine Geschenke. Severos lief unauffällig durch die Halle und zog immer wieder Schülern Punkte ab, wenn sie sich Fehltritte erlaubten. Hermine hatte noch nicht viel mit ihm geredet und so nahm sie eine Tanzaufforderung eines Schülers an, der ein Jahr unter ihr war und jetzt in der Abschlussklasse war. Anschließend tanzte sie noch mit anderen ihrer alten Schulkollegen und setzte sich dann zu ihnen an den Tisch, um mit ihnen zu reden. Darunter war auch eine Freundin von Luna, mit der sich Hermine angeregt unterhielt. Etwas später tanzte sie aber wieder mit den Jungs und hatte ziemlich viel Spaß dabei. Es war einfach schön, über die Tanzfläche gewirbelt zu werden und sich einfach wieder wie eine Schülerin zu verhalten, sodass sie fast vergaß, eigentlich mit Severos tanzen zu wollen, der sich aber immer noch nicht in ihrer Nähe begeben hatte. Zu später Stunde, als nur noch die älteren Schüler in der großen Halle waren, saß Hermine wieder am Tisch ihrer alten Schulfreunde und redete eine Weile mit ihnen, bis Luke sie fragte, ob sie ihm kurz helfen konnte. Er war zwar erst in der sechsten, hatte aber mehr mit der siebten zu tun. Er war sehr an Zauberkunst interessiert und hatte Hermine über einige Zauber ausgefragt, die sie sich selber beigebracht hatte. Irgendwann traute Luke sich auch zu fragen, ob sie ihm bei einem Problem helfen konnte und Hermine stimmte lachend zu. Sie schlug vor, hinaus auf das Gelände zu gehen, da sie dort mehr Platz hatten, und so gingen die beiden gemeinsam nach draußen und schlenderten eine Weile zum See, da sie für diesen Zauber Wasser brauchten. Luke zeigte Hermine, was sein Problem war, und sie half ihm bei der Zauberstabhaltung, die sein einziges Problem gewesen war. Danach setzten sie sich auf einen Baumstamm und plauderten über dies und das. Über diese Unterhaltung vergaß Hermine völlig auf Severos und zuckte überrascht zusammen, als sie plötzlich seine Stimme hörte, die so kalt war, wie sie es lange nicht mehr gehört hatte. Miss Granger, ich denke nicht, dass es einen guten Eindruck macht, gemeinsam mit jüngeren Schülern den Ball zu verlassen. Kau sofort zurück auf den Ball und zwanzig Punkte Abzug wegen nächtlichen Herumschleichens auf dem Gelände. Hermine drehte sich überrascht zu Severos, da er sie Miss Granger genannt hatte, und sah zu, wie Luke sie kurz entschuldigend ansah und dann zurück zum Schloss lief. »Wieso hast du ihm Punkte abgezogen? Wir haben ein bisschen geplaudert. Und wieso nennst du mich Miss Granger?«, fragte Hermine und stand auf, um etwas näher zu Severos zu gehen. »Ich nenne dich so, weil du dich genauso verhältst wie vor einigen Jahren«, meinte Severos und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ach, was mache ich denn so kindisches?«, meinte Hermine darauf und wurde langsam sauer. Sie war schon lange kein kleines Kind mehr und sie verhielt sich auch nicht kindisch. Sie hatte einem ihrer ehemaligen Mitschüler geholfen und sich mit ihm unterhalten. Was war daran denn kindisch? »Das erwähnte ich schon und ich werde mich nicht wiederholen.« Hermine runzelte über diese Antwort kurz die Stirn. Er verhielt sich wirklich anders. Und kurz meinte sie, dass er vielleicht gar nicht er war, verwarf aber diesen Gedanken sofort. Es war einfach unmöglich, dass jemand viel Saft drank genommen hatte mit einem Haar von ihm. Es war ja nicht einmal möglich, ein Haar von ihm zu bekommen. Er achtete viel zu sehr darauf, dass man keine Spur von ihm finden konnte, wenn er es nicht wollte. »Was ist eigentlich dein Problem, Severus?«, fragte Hermine leise und legte eine Hand auf seine verschränkten Arme. »Ich habe absolut kein Problem«, meinte Severus und klang fast schon zickig. Hermine grinste automatisch bei dem Ton und Severus sah sie noch böser an. Sie zog nun an seinen Armen, sodass er sie nicht mehr verschränkte, und sie lehnte sich an ihn, während sie ihn umarmte. »Ich merke es. Du hast absolut kein Problem.« Sie fühlte, wie er sie widerstrebend auch umarmte und sah auf. Er sah sie mit seinen dunklen Augen an, und Hermine musste automatisch wieder lächeln. Sie spürte auch, dass er nicht mehr so schlecht gelaunt war und streckte sich, um ihm einen Kuss zu geben. »Du solltest nicht mit den vielen Schülern tanzen. Das macht einen sehr schlechten Eindruck«, raunte Severus nun leise in Hermines Ohr. »Wieso denn? Sie sind meine Freunde.« »Warum?« »Weil jeder von ihnen am liebsten Hermine Granger, beste Freundin von Harry, ich bin so toll, Potter, Hexe, die geholfen hat, den dunklen Lord zur Strecke zu bringen und dazu noch beste Absolventin Hogwarts verführen möchte.« Hermine spürte, wie Severus sie etwas fester an sich zog und dass seine Stimme etwas eifersüchtig klang. Sie hätte so etwas nicht vermutet und glaubte auch nicht wirklich daran. Severus und eifersüchtig? Klang sehr weit hergeholt. Außerdem würde sie sich nie so einfach auf so etwas einlassen, schon gar nicht mit Freunden, die sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. Außerdem war da ja Severus. »Warum stört dich das alles so?«, flüsterte Hermine nach einer Weile, in der ihre Gedanken um die vergangenen Wochen und vor allem die Zeit mit Severus kreisten. Lange Zeit blieb es still, bis Hermine Severus kurz über die Wange streichelte. »Weil...« »Sieh es dir einfach an. Legitimenz.« Hermine beherrschte zwar Oklomentik, aber sie war nicht schnell genug, um ihre Schilde hochzufahren, da sie bei Severus nie einen Angriff vermutet hatte. Das sollte aber auch nicht schlimm sein, da sie nach einer Schrecksekunde bemerkte, dass Severus nicht ihre Gedanken durchsuchte, sondern ihr Gedanken, Gefühle und Eindrücke schickte. Sie sah sich selber, wie sie lachte, wie sie sich nach Tobias Prinz in der großen Halle umsah und auf ihre Reise. Sie sah Bilder von Severus, wie er abends an seinem Schreibtisch saß und ihr Briefe schrieb und dazu lächelte. Dazu fühlte sie immer wieder verschiedenste Gefühle auf sich einströmen, die ihr fast in Atem verschlugen. Freude, Stolz, Unglauben, Zufriedenheit, Eifersucht und ganz zuletzt spürte sie auch etwas, das sie nie erwartet hätte. Liebe Nox Den Kanal und mich kannst du durch Paypal, die Amazon Wishlist oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile, Geschenke und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana Deine Jana Deine Jana Deine Jana Deine Jana